Gibt es einen Hadith für die Angelegenheit, wenn man nicht sicher ist, ob man Luft gelassen hat im Gebet? Ja, es gibt klare Überlieferungen. Wenn man im Gebet ist und da bekommt man Zweifel, ob man Wudu verloren hat durch Luft lassen, dann ist die Frage immer, hast du was gehört? Hast du was gerochen? Nein, nein, bist du nicht sicher, dass du Luft gelassen hast, dann hast du dein Wudu und dann machst du dein Gebet weiter. Vielen Dank.